Also bei allem, ich finde es super, mit einem Psychologe zusammenzuarbeiten. Das hat mir viel geholfen, aber trotzdem muss man auch beachten, dass sich vielleicht knapp 200 Franken auf die Stunde nicht alle leisten können. Und das finde ich dann auch. Also ich finde es einfach, es wäre noch schön, wenn Dinger so eine Anlehrm-Laufstelle würde schaffen, wo man sich daran wenden könnte, wo man Unterstützung holen könnte. Und ja, weil ich glaube, schlussendlich ist es auch eine Form von Training. Wir trainieren jeden Tag unsere Muskeln, wir gehen in Kraftraum, wir gehen auf den Platz schiessen. Und es ist ja alles Training. Genau. Und den Kopf, den trainieren wir nicht so viel. Und das ist eigentlich schade, weil es so ein wichtiger Aspekt, so ein wichtiger Faktor ist. Fast mit der Wichtigste, nicht? Ich würde wahrscheinlich sagen, ja. Kick-Off.